Was geht ab Leute, heute ist soweit, Kasper und ich spielen den schwersten Deathrun gegeneinander. Der Gewinner kriegt 100 Euro, wenn man quasi zweimal gewinnt. Das bedeutet Best of Free, also man muss quasi zweimal gewinnen, um quasi das Ding nach Hause zu holen. Lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da, wenn ihr von uns was mehr sehen wollt Freunde. Lasst mal heute die 5000 Like schaffen und vergesst mich nicht, auch gerne auf den Abo-Bottom zu drücken. Dann werden wir bald mal die 250.000 Abo-Bottom erreichen. Lasst auf jeden Fall gerne noch einmal die Glocke läuten. Ich würde sagen Freunde, jetzt viel Spaß im Video abfahren. Yeah! Hahaha! Bam Junge! Was geht ab, Boxen? Na? Na, alles gut bei dir oder was? Bei mir ist alles gut, aber bei dir anscheinend nicht mehr so lange, denn heute spielen wir endlich mal wieder ein Deathrun. Oh, ich weiß... Aber wirst du dich mal da drüben entspannen ein bisschen? Okay, 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 ich entspann mich, alles klar, kein Problem. Das Ding ist, wir haben jetzt hier so eine Pistole und zwar die Präzisionspistole. Ja, das Ding hier. Ah! Und damit müssen wir wieder mal probieren, den anderen aufzuhalten. Das glaube ich jetzt ja wohl nicht. So, ans Ziel zu kommen. Haha! Nein, nachladen! Nein, ich musste nachladen! Na gut, okay. Er lernt auf jeden Fall dazu. Ja, also es geht darum, wir müssen uns sozusagen immer gegenseitig runter, versuchen runterzuschießen oder so. Ja, auf jeden Fall und... Oh Gott, ist doch voll schnell jetzt. Hä? Oh, das war mega knapp. Oh Gott! Oh Gott, das war eine knappe Kiste, ne? Ja, nein! Ich dachte auch gerade. Man kommt aber vorbei, ne? Ja, man kommt eigentlich easy vorbei, muss ich sagen. So, easy going. Du bist ja voll und durchziehen, sag mal. Ja, komm mal. Geh mal vom Gang. Geh mal vom Gang runter. Oh, okay. Okay. Oh Gott, das war so knapp, ne? Das war so knapp. Den nehme ich hier. Nein, ich habe wieder zu früh geschossen. Ganz entspannt laufe ich hier weiter. Boxo. Ja, kein Problem, Kasper. Hier noch ein bisschen. So, Mann, ey. Dass du es dreimal falsch machst, das kann ich ja gar nicht glauben. Ja, du hast ja auch gar nicht erst getroffen, muss ich sagen. Ich habe auch falsch abgesehen. Ja, ja, ja. Genau. Leute, bist du schon unten? Nein. Warte mal, bist du schon unten, oder was? Nein. Nein. Oh mein Gott. Alter, mir ist voll der Bus auf den Kopf gefallen. Nein. Nein, ich habe daneben geschossen. Ich hatte daneben geschossen. Oh mein Gott. Gesaved. Ey, ich hätte dich so geholt, Digga. Oh mein Gott. So gesaved, Digga. So. Ich ziehe jetzt so durch, ne? Ey, was ist das denn jetzt hier für ein Ding? Man muss jetzt hier voll warten, oder so. Ja. Bis sie an der richtigen Stelle sind. Nein. Nein. Oh mein Gott. Okay, jetzt muss ich noch hier durchlaufen. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Ey, man muss echt aufpassen, dass mich runtergehauen wird, ne? Ja, auf jeden mit diesen, mit den Dingern. Ich sage dir, damit ist nichts zu spaßen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Nein. Verdammt, ey. Ich dachte, du siehst mich ja nicht. Ein Punkt für mich. Best of three. Okay, okay, Kasper. Neue Runde, neues Glück. Und jetzt haben wir als nächste Waffe. Hey. Hey. Okay. Ich werde es bemerken. Das werde ich bemerken, Kasper. Ich werde es bemerken. Mach mal, mach mal. Gut. Ich gehe jetzt schon mal los. Haha. Oh mein Gott. Nicht getroffen. Nein. Jawohl. Oh mein Gott. Man hat auch nicht so viel Munition mit dem Ding, ne? Dann muss man echt ein bisschen berechnen, so. Oh. Als wenn du nicht getroffen hast. Nein. Boah. Ja, doch, doch, doch. Also man hat auf jeden Fall nur 20 Schuss, ne? Das ist halt das Ding. Man hat nur 20 Schuss. Das ist ein bisschen das Schwierige. Ey, Mann. Okay, dann laufe ich halt auch einfach weiter. Gut, dann laufe ich halt weiter. Kein Problem. Dann mach doch. Probier doch. Probier doch. Wenn du das Spiel spielen willst. Das Spiel kann ich auch spielen, Kasper. Du, ey. Alles gut. Alter. Müsst du dich mal ein bisschen entspannen, Sagmar? So. Okay. Okay. Ja, komm. Oh mein Gott. Nein. Es war so knapp. Es war so knapp. Ja. Nein. Und noch eine für unten. Dass du brennst. Ich brenne. Oh mein Gott. Du bist das. Ich guck, wo ich gespannen bin. Unglaublich. Oben drauf. Ich war einfach oben drauf. Nein. Okay, so. Alles gut. Wie viel Schuss hast du noch in deiner Leuchtpistole? Das war zu früh. Ja, bei dir auch. Beziehungsweise zu spät. So. Ich habe nicht mehr so viel Stoßen gesagt. Wie viel? Ich habe jetzt noch neun Schuss. Also ich muss auf jeden Fall aufpassen. Ich bin ein Schuss in Führung schon mal. Das ist ja schon mal ganz gut zu wissen. Oh. Oh mein Gott. Der Bus fällt sogar runter. Ich habe berechnet, dass du da gleich drauf schießt, wenn du das auf den blöden Bus. Ja, genau. Das hast du berechnet. Ich habe berechnet. Ist so. Ist klar. Das habe ich schon mal gut berechnet. Dann das habe ich perfekt berechnet. Und das werde ich auch gut berechnen. Jawohl. Okay. Boxo, noch lachst du. Noch lachst du. Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Was denn? Dreh dich mal oben. Oh mein Gott. Eigentlich wäre es das mit dir gewesen. Jawohl. Was? Bringt nichts. Ich kann hier durchlaufen, wie ich will. Okay. Okay. Dann habe ich halt den Schuss gewastet. Ist halt mal so. Musst du mal auch mal ausprobieren. So. Ausprobieren. Ausprobieren. Ja, ja, ja. Hä? Hau ab. Hau ab. Nein. 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 Was ist los? Nein. Oh mein Gott. Du bist durchgezogen mit dem blöden Fall. Warte, ich komme auch. Nein. Ich habe keinen nicht ge... Nein. Ich habe nichts zu zünden. Ich habe keinen Fallschirm. Ich habe nicht mit... Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Du musst jetzt... Oh mein Gott. Aber du verlierst sogar nicht. Ich fahre gerade runter. Ja, ich auch. Aber ich werde jetzt vor dir sterben. Und ich bin tot. Aber trotzdem... Die Runde geht an dich. Ich weiß. Ich bin runtergefallen. Aber ich bin doch direkt so zur Seite geglischt. Das ist voll komisch. Du bist ein Schulz. Aber du wusstest einfach nicht, wie du da richtig ausweichen musst. Ja. So. Ha. 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 Ja. Meine Lieber, da bist du ja wieder. Jetzt wird es witzig. Mit der Railgun. Aber wir dürfen uns logischerweise nicht damit abschließen. Das ist mir natürlich ein bisschen zu heftig. Das darf man nicht. Aber das darf man. Okay. Meinst du das? Oh. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist doch fast runtergefallen, oder nicht? Ja, Mann. Ich fahre einfach schon über dem Boden, Alter. Nein. No. Okay. Die Railgun ist natürlich heftig, weil die halt so schnell schießt. Das ist halt das Ding. Die schießt richtig jetzt. Die schießt richtig schnell auch. Die schießt halt wirklich extrem schnell. Bist du auch schon rüberlaufen? Ich bin auch schon rüberlaufen. Und ich ziehe direkt weiter. Nein. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Nein. Das war nicht knapp. Das klappt alles. So. Oh mein Gott. Okay. 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 Äh. Oh nein. Verschenkt. Nie mehr verschenkt. Mann. Wow. Das war viel zu früh. Ja? Ja. Glaubst du? Das werden wir ja sehen, Kaspar. Das werden wir ja sehen. Das glaube ich ganz wohl. Hier. Das war auch viel zu früh. Mann ey. Was kommst du denn? Ja keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass du da nicht wie so ein Dulli rüberkommst. Ey. Du siehst mich doch. Sag mal. Ja Alter. Hör mal auf. Auf dem Spaß. Mann ey. Ich dachte ich komm. Ich will jetzt doch irgendwie rechts dran schießen oder sowas ey. So. Pass auf. Dann laufen wir jetzt auch weiter. Ey. Das war so knapp. Das war so knapp. Boah. Ja ja. Oh Gott. Ja ja. Ich sehe schon was du machst. Wir sind quid. Wir sind quid. Alter. Wir haben gesagt nicht auf den. Ich weiß. Oh mein Gott. Nachdem ich jetzt hier wieder zurück bin und du mich unrechtmäßigerweise abgeschossen hast. Aus Versehen war das. Okay, okay, okay. Den lasse ich dir nochmal. Sonst hätte ich direkt gesagt. Ich habe gewonnen. Wie? Du hast überhaupt nicht gewonnen. Das war ein Regelbruch. Ganz, ganz klarer Regelbruch. Okay. Wie du willst. Wie du willst. Anders geht es anscheinend nicht. Ich muss das Ding fertig laufen. Ich springe jetzt hier durch. Ich ziehe mies durch. Ich springe jetzt auch hier mies durch. Oh. Oh Gott. Das war knapp. Ja. Hab ich. Hab ich. Oh. Das war ganz knapp. Nein. Winnie. Ja. Ja. Winnie. Wo bist du? Wo bist du? Ich sehe dich. Ich sehe dich. Hä? Wow. Hä? Ich sehe. Hä? Hängst du da fest oder was? Hör auf. Ja. Nein. Hier komm. Zerquetsch ihn. Nein, bitte nicht. Zerquetsch ihn. Lass mich raus. Lass mich raus. Alles gut. Okay. Ich muss auch nochmal. Bin ich jetzt hier gefangen? Achso. Nein. Ich kann hier raus. Zum Glück. Ich bin wieder reingefallen. Nein. Der Bus brennt. Der Bus brennt. Wie der Bus brennt? Der Bus brennt. Oh mein Gott. Der Lauf weg. Lauf weg. Mach ich gerade schon. Warum hat der gebrannt? Schieß nicht auf die Tanks. Das bringt nichts. Ich weiß. Das bringt nur Boom. Das bringt nur Boom. Guck so. Boom. Boah. Sag mal. Willst du nicht mal laufen? Doch, doch. Ich laufe schon. Du etwa nicht, oder was? Ich laufe. Ich bin schon bei der Rampe gleich. Du kommst gar nicht so weit. Der kommt nicht so weit. Der kommt nicht so weit. Nein. Ja. Ja. Oh mein Gott. Okay, okay. Alles easy. So, und jetzt kann ich erstmal ganz entspannt. Was für ganz entspannt. Ja, ich kann jetzt schon vor dir laufen. Ja, guck auf meine Röhren. Guck auf meine Röhren. Ja. Alle runtergefallen. Ja, und ich bin jetzt gleich vor dir dran. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Wieso habe ich es nur gesagt? Oh mein Gott. Oh Gott. Hier. Ah. Nein. Du, mal Ball. Das ist übel schwer mit dem Ball. Das ist übel schwer. Okay. Nein. Nein. Ah. Alter, hör auf mit sowas. Ja. Er ist drin. Nein. Oh mein Gott, nein. Jawohl. Nein. Ja, jetzt kann ich hier rüber. Oh, ja, perfekt. Und oha. Ah. Was ist da? Was ist da? Schwerer Sprung. Oh, okay. Habe ich geschafft? Habe ich geschafft? Oh, das würde ich belasten. Alter. Schwerer Sprung. Oh mein Gott, der war so knapp. Schwerer Sprünge sind da auf einmal raus. Alter. Ha. Oh mein Gott. Das würde ich sehen, wie du das schaffst. Alter, das wirst du niemand schaffen. Wieso? Der Parcour ist auf einmal nochmal auf Extremlevel gegangen. Oh, okay. Okay, der war ja easy. Der ging ja noch. Der zweite ist schwierig und danach wird es interessant. Oh Gott, oh Gott. Der zweite ist ja richtig schwierig. Aber machbar. Ja, da kannst du easy rüber über die Teile. Da passiert nix. Ah, okay, okay. Hä, bei mir bin ich hochgeflogen. Na rein. Bin ich umsonst gewartet. Jetzt kann ich durchziehen. Jetzt kann ich durchziehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jawohl. Jawohl, jawohl. Da musst du durch. Da musst du immer. Hey, ne? Du bist ja schon voll weit. Ne, ne? Oh, jetzt habe ich das verpasst, ey. Jetzt habe ich das verpasst, wie mit den Bussen. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Das bringt eh nix. Ja, bringt eh nix. Bringt nur ein Motorrad. Das bringt mich über den Bus rüber. Was ich abschießen kann. Oh. Wo bist du, hä? Ja, wie, wo bin ich? Ich bin auf dem Motorrad. Nein. Wir dürfen. Okay, oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo bist du, wo bist du? Oh mein Gott. Ey, der Unterschied ist nur, dass ich nicht weiß, wie man damit schießt. Auf L1. Ah, ah. Ich kriege doch niemals erwischt. Wo bist du? Oh nein. Oh mein Gott. Was macht der? Nein. Der ist abgestiegen aus dem Nichts. Nein, der ist gewonnen. Das soll es von dem Video gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, dann sind wir auf jeden Fall gerne ein Like und Abo da. Check ein bisschen bei mir ist die aus. Einfach gerne draufklicken. Wir sind uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.